Hallo, ich lese euch eine Entspannungskontasiereise vor. Ihr könnt ihr anwenden, wenn ihr zur Ruhe kommen wollt, wenn ihr euch entspannen möchtet nach dem Sport. Oder einfach auch nur so. Ihr legt euch dafür entspannt auf dem Boden, wenn möglich auf einem reichen Untergrund. Weckt euch zu. Schließt eure Augen. Wenn ihr habt, könnt ihr ein Augenkissen auf die Augen legen. Und lebt ganz entspannt. Leg dich auf den Boden und spüre all die Stellen, an denen dein Körper den Untergrund gehört. Stell dir vor, dass du draußen irgendwo auf der Erde liegst. Auf einer schönen Wiese oder an einem warmen Strand. Such dir eine Stelle aus, wo du es besonders genießen kannst, dass du mit deinem Rücken auf die Erde liegst. Wenn du willst, kannst du dir vorstellen, dass du auf einer leichten Beute liegst. Stell dir vor, wie sie unter dir liegt und deinem Körper das Empfinden von Wärme und Geborgenheit liegt. Spüre all die Stellen, mit denen du den Boden unter dir gehörst. Und lass sie ganz schwer werden. Gestatte jeden Teil deines Körpers, sich völlig zu lockern, weil dich die starken und zuverlässigen Arme der Erde halten. Bünde jetzt einen tiefen Atemzug und atme alle Anspannungen aus. Alle Unruhe aus dem Leben raus. Spüre deine Füße und deine Färben, wie sie schwer auf dem Boden liegen. Spüre, wie deine Waden und Knie in der Erde gehalten werden. Spüre, wie deine Schenkel, dein Gesäß und dein Rücken in den Boden einsinken. Liebevoll aufgefangen und im Grund unter dir. Bewerbe jeden Würbel der man würden würde. Wie sie schwer und locker, wie alle unter dir gehören. Lass auch deine Arme locker werden. Lass auch deine Arme locker werden. Ellbogen, Unterarme, Handgelämpfe und Hände. Lass sie schwer werden und gut unterstützt in den Boden unter dir. Lass auf deinen Kopf auf der Erde aufbauen. Lass auch deinen Kopf auf der Erde aufbauen. Anbindung Schenk dir jetzt wieder einen tiefen Atemzug und lass alle Anspannungen los, alle Sorgen, lass alle Verpflichtungen in den Händen davor treten und genieße es, was du jetzt so einfach gehalten wirst. Lass deinen Atem, deinen reinen Gefuß kennenlernen. Spüre, wie dein Bauch sich hebt und senkt, ganz von selbst. Spüre deinen Herzschlag, den stetigen Rhythmus deines Herzens, der dein Blut kreisen lässt und dir frische Energie schenkt. Nun lass dein Bewusstsein wieder zu der Erde untergehen. Stell dir vor, dass auch die Energie der Erde fließt und pulsiert, wie ein Herzschlag pulsiert und fließt. Wenn du willst, kannst du dir vorstellen, dass der Herzschlag der Erde sich mit beiden verwendet und dass sie beide den gleichen Rhythmus haben. Erfrischend, stärkend und zuverlässig. Dies ist der Rhythmus des Lebens, deine Verbindung und Verwurzelung mit der Schöpfung. Und immer, wenn du deinen Herzschlag spürst, kannst du hierher zurückkommen und spüren, wie du mit der Erde und dem Leben verwurzelt bist. Konzentriert und geborgen, verbunden mit der Erde des Lebens. Stell dir nun vor, dass ein sanfter Wind decken wird, gleich frisch wie der Atem eines Sommerschlusses. Atme diese Frische ein. Spüre das beruhigende, klare Frische auf deinem Gesicht. Spüre, wie diese sanfte Brise alle Spannungen aus deinem Gesicht entgläßt. Um die Augen herum, um den Mund herum, um deine Ohren herum. Atme weiter diese frische, geholfenen Wortluft ein und erinnere dich daran, dass du jederzeit dieses entspannte, gesammelte Gefühl haben kannst, wenn du an diesem Platz zurückkehrst und dir tief einfach die Atemzüge gönnst. Stell dir nun vor, wie es wäre, wenn du mit dieser Morgengrise mitgehen und leicht und sanft nach oben schieben könntest. Langsam und frei über Gras, Blumen, Felder, über Bäume, immer höher und leichter in den Himmel. Wenn du willst, kannst du jetzt dieser sanften Brise folgen und dich mit ihr verbinden. Höher und höher aufsteigen, bis du unter dir die Erde siehst. Unterstützt und verhalten von der frischen Brise des Morgens. Unter dir kannst du nun die Erde aus deiner neuen Perspektive sehen. Ein wunderschöner, blauer Planet. Du kannst die Ozeane sehen und die großen Wälder, die Wüsten und Berge und die Wolken. Während du dir dies alles anschaufst, lösen sich die Einzelheiten eines Bildes und leuchten die Farben auf. Diese Farben verändern sich und fließen ineinander, wenn die Sonne aus geschiebenen Winkel scheidet. Bemerke all die Lichter und Schatten und den Tanz des Lichtes mit den Farben. Wenn du das alles siehst, bemerke, was du dabei fühlst. Bemerke das Gefühl in deinem Herzen. Stell dir vor, dass du einen feinen Lichtstrahl sehen kannst, der dein Herz mit der Erde verbindet. Er verbindet dich mit den Planeten. Mit all den anderen Hebelwesen auf der Erde. Auf diesem Lichtstrahl fließen alte Farben und das Licht in dich hinein und füllen dich mit Frieden. Und du fühlst dich zugehoben und verbindet. Deine ganze Existenz antwortet diesem Rahmen nicht. Bemerke, wenn das Licht in dir immer heller wird, dieses Licht auf die Erde wie ein Rauchraum liegt. Und das Licht fliegt. Und das Licht fliegt sich aus. Bis das Licht die Erde auf dich erreicht und ganz umfällt. Du kannst darin baden, mit dieser Wolke aus Licht. Und du spürst, dass das Licht in dir untrennbar ist, wie ein Licht der Erde. Das Licht meines Herzens ist auch das Licht des Planeten und der Welt. Mit allmählich lehnt sich all das Licht aus, bis an die entferntesten Stellen des Anversums. Lass alles von diesem Licht umgehen sein und spüre, dass das Licht dich mit allem verbindet. Mit der Erde, mit der Sonne, mit dem Mond und der Sternen. Während du weiterspielst, kannst du dieses Verbrustsein genießen. Diese Einheit. Du kannst dich daran erinnern, dass es dir möglich ist, dich mit allem verbunden zu fühlen, wenn du dir diese müdevolle Aufmerksamkeit gestattest. Wenn du jetzt bereit bist, kehre langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück auf die Erde. Dass du wieder spürst, wie dein Rücken den Boden berührt. Dass du spürst, wie Beine, Arme und Kopf sind oben gehalten worden. Du kannst anfangen, dich zu wecken und zu strecken. Öffne in deinem eigenen Rücken die Augen und sei wieder hier entwischt und wach. Atme einmal tief aus, dass du ganz wach werden kannst. Und bring deine Erfahrungen zurück in diesen Augen, zu diesem Herz und der Erde. Das war's. Ich hoffe es hat euch gehalten. Ich hoffe es hat euch entspannt. Ich auf jeden Fall. Und bis zur nächsten Geschichte. Lasst es euch gut gehen und mal gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.